Musik Das Thema lautet ungeschminkt. Sag uns, was du ehrlich denkst. Wie, das soll völlig dir selbst überlassen. Das gibt's doch überhaupt nichts! Hallo liebe Zuschauer, 1.31 TV macht einen neuen Video-Wettbewerb zum Thema ungeschminkt. Und wisst ihr was? Ich darf dieses Jahr nicht teilnehmen, weil ich mittlerweile zu alt dafür bin. Muss ich mich jetzt erst bei euch schminken, damit ich wieder jung genug aussehe, oder was? Micha, die haben die Altersgrenze erhöht. Du kannst doch mitmachen. Aber wieso eigentlich ungeschminkt? Wieso darf ich mich denn nicht schminken und mich hübsch machen, wenn ich mich so noch viel wohler fühle? Ich meine... Ich bin Punker Ich bin Gamer Ich bin Konzertsüchtig Ich bin Maler und Lackierer Ich bin für viele ein Freund Nüchtern Und auch gerne mal betrunken Ich bin Schüler Ich habe einen seriösen Nebenjob Ich bin Kameramann Ich bin YouTuber Ich bin YouTuber Ich bin ungeschminkt Ich bin liner Ich bin YouTube Ich bin YouTube